Danke vielmals. Sehr lebenswürdig. Dankeschön. Bitteschön, Herr Keller. Nicht rauchen, ne? Nicht schlecht für die Gesundheit. So, wissen Sie, oft fragt man mich, aber wie kannst du denn mit deinem Bauch sprechen? Also gut, ich möchte das jetzt Ihnen jetzt allen zeigen, aber für das brauche ich ein bisschen Musik. Dirk Meistro, Bitteschön. Also, mal schauen. Ich würde gerne brauchen, vielleicht eine kleine Hilfe. Vielleicht der Herr Führer hier rüber. Finde ich immer interessant. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Ja, der Herr vielleicht mit einem schönen Schnauz, ja? Wie heißen Sie? Entschuldigung. Christian Ude. Ach, Christian Ude. Guten Abend. Können Sie einen Moment aufstehen, bitte? Christian Ude. Sehr gut. Ah ja, der Herr ist auf dem Vorrang. Guten Abend. Wie heißen Sie? Edmund Stoiber. Stoiber. Sehr gut. Können Sie einen Moment aufstehen, bitte? Dankeschön. Bitteschön. Kommen Sie bitte hier rüber, ja? Eine kleine Hilfe, ja? Kein Problem. Bitteschön. Kommen Sie bitte mit. Wir werden uns gleich auf den Päppich stellen. Bitteschön. Aufpassen auf die Stufe. Was machen Sie beruflich? Ich bin Rechtsanwalt außer Diensten. Ah, Rechtsanwalt außer Diensten. Und der Herr? Ich bin bei der Stadt im abgehobenen Dienst beschäftigt. Ah, das ist sehr interessant. Sehr interessant. Also, kommen Sie bitte mit. Wir werden uns gleich hier hinstellen. Super. So. Bitteschön. Sie können hier auf meiner rechten Seite stehen. Ich hoffe, es macht sich keine Sorgen, ja? Und der Herr auf meiner linken Seite, ja? Dankeschön. Ja? Kein Problem? Super. Also, alles, was Sie machen müssen, ist ganz einfach. Nur, danke Herr Keller, den Mund auf und zu, ohne zu sprechen, ja? Nur ein bisschen so, ja? Artikulation. Schön den Mund aufmachen, das ist sehr wichtig. Sehr gut. Das Einzige ist, gestatten, ich werde Ihnen so die Hand halten. Sie werden immer nach vorne schauen, sehr wichtig, nach vorne schauen. Und jedes Mal, dass ich die Hand bewege, das ist ein Signal, um den Mund zu bewegen. Okay? Wir versuchen mal. Hand bewegen, Mund schön weit auf den Zug, ja? Auf und zu, auf und zu, ja? Das ist sehr gut. Mund schön weit auf den Zug. Das ist hervorragend. Sehr gut. Wir machen das sehr gut. Und jetzt kann ich mit dem Anfang anfangen. Sind Sie bereit? Oh, ich bin bereit, 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 bereit. Alles klar? Alles klar, alles klar, alles klar. Gefällt Ihnen Ihre Stimme? Oh, ja, das ist sehr gut. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Bitte schön. Danke schön. Bitte schön. Das ist sehr gut. Sehr gut. Es ist sehr gut, aber ich finde, der hat so eine komische Stimme. Finden Sie nicht? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sehen Sie, bin Ihre zufrieden. Ja, 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 ja. Ich glaube, der Herr ist verkühlt. Ja, ja, ja. Ein Applaus an beide Herren. Und natürlich, mit solchen super Stimmen singen wir ein Lied zusammen. Der neueste Hit aus Italien. Maestro, oh, sole mio. Prego. Drei. Oh, sole mio. Dai, grongiagni. Oh, sole. Oh, sole mio. Dai, grongiagni. und spanns in die Ai, grongiagni. Au, go, 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 go. Miau. Oh, sole mio. 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 Untertitelung. BR 2018